So, herzlich willkommen in den Krieg und Grillen. Zurück zu den Sieler 3. Jo, ähm, oh. Wir müssen hier schauen, dass wir uns, glaube ich, relativ schnell ausbreiten, ne? Schau, äh. Schauen wir uns mit unseren Soldaten gleich mal um. Wir müssen ungefähr wissen, mit was wir es zu tun haben. So, Forsthaus passt. Holzfäller passt. Holzfäller passt. Ähm, hier werden zwei Häuser gebaut, oder? Zwei nur, ja. Sehr schön. Haben wir... Sucht ihr. Gehst mir bitte da hoch. Gehst mir da hin. Ja, genau. Haben wir noch. Also hier auf der, ne, Richtung Westen scheint ja alles frei zu sein, soweit. Lass uns mal hier drüben suchen. Ähm, damit wir hier ein bisschen Baufläche bekommen. Eine Fischhörte haben wir schon. Sehr gut. So, du suchst... Du suchst... Äh, wie viel Angeln haben wir? Zwei. Ist aber nicht die große Ausbeute. Äh. Du machst das hier, das ist gut. Du baust hier ab, das ist gut. Du baust bitte erstmal hier... Oben ab. Wie sehr stören die Siedler die Bäume? Ja, er geht schon drum herum, ne? Weißt du was? Du bleibst nun mal hier mit der Anbaufläche. Hier. Ohne ihm hier seine Fläche wegzunehmen. Okay, wir haben hier Schwefel, wir haben hier Kohle. Wir haben Gold. Warum, warum bin ich so vergesslich? Warum hab ich schon wieder vergessen... Was hier kommt? Also was hier an... Ähm... Gegnern kommt. Ich glaube es waren... Asiatische Piraten und Römer? Sowas? Irgendwie sowas in der Art kann es sein? So, auf keinen Fall aufhören zu bauen. Ja. Das haben wir jetzt verschoben, da hoch. Naja, das ist gut. Das ist... Insgesamt gefällt mir die Baufläche da ganz gut. Ähm, dann bist du hier... Nee, du bist ein Sägewerk. Du machst gar nichts. Du bist hier. Gib uns mal... Äh, äh... Wo sind die denn? Hier. Eins, zwei, drei. Und hier? Du gehst hier hoch. Und du gehst... Hier hoch. So, let's go, mein Freund. Sehr schön. Hier können wir... Ah, Gold will ich jetzt gerade nicht... Eher... Ich hätt gern Kohle. Warte mal, warte mal, warte mal. Geh mal da hin und nimm erst das Eck ein. Was braucht nochmal... Was braucht nochmal die Destille? Braucht die... Alter, ich dachte grad, da ist ne fette Spinne. Jao. Jao. Oh shit. Okay, das ist auch überhaupt nicht ausgeglichen. Wir brauchen ganz dringend ne... Ne Waffe... Äh, ne Rüst... Na. Ist nicht geschissen, gell? Ähm. Eine... Werkzeugschmiede. Das ist es. Alter, ich hab jetzt grad wirklich die... Die... Also die hintersten Lücken... Meines lückenhaften Hirns durchsucht... Um auf den Namen zu kommen. So, Kaserne. Ne. Ist denn... Wo ist denn... Äh... Na? Werkzeugschmiede. So. Du gehst hier hoch. Haben wir noch Spitzhakten? Ja. Haben wir noch Spitzhakten? Sehr schön. Dann ähm... Baut mir bitte... Äh... Alles gut. Alles gut, baut's nicht. Wenn wir eigentlich wieder abreißen... Und dann können wir das so nach hinten verschieben. Hey, ja. Leg mal los, Digga. Aber... Wenn man das denen nicht immer sagen müsste... Sondern die mal selber anfangen. Das wär göttlich. Das wär freudeschön... Oder Götterfunkentochter aus Elysium. Das sei euch. So. Das Tille braucht Reis und... Kohle. Reis und Kohle. So. Standort für Schwefelmine. Ich weiß. Ich hätte aber gerne eine Kohlemine. Such. Das hier ab. Wir brauchen keine... Drei Steinbrüche. Deswegen... Deswegen baue ich da jetzt nicht noch einen hin. So. Was kommt hier hin? Hier kommt die Werkzeugschmiede hin. Ich... Hab's grad gebaut, ne? Ähm... Du... Legst gleich hier los... Und du hilfst erst mal da oben. Das ist Wüste. Wüste ist natürlich richtig scheiße, ne? Können wir hier unten... den Wachtturm hinbauen? Das wär super, ja? Warte, dich können wir auch theoretisch abreißen. Können dich hier runter versetzen. Weil... Hier die Grenze muss gut geschützt werden. Ich bin mega nervös nach dem letzten Level. Dagegen doch einiges schief, muss man sagen. Hoffen wir, dass es diesmal besser ist. Dass wir uns diesmal geschickter anstellen. So, wir können auf jeden Fall jetzt schon mal eine Kohle-Mine bauen, denke ich. Sehen wir ja. Oh, perfekt. Ey, der war perfekt. Wenn wir jetzt noch den kleinen Tempel... Ah, lassen wir es mal. So, bist du oben? Dann leg mal los, bitte. Eins, zwei Fischerhütten. Und das ist insgesamt nicht sonderlich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wirklich... Naja, egal. Nein, Mensch, zu nervös sein. Ich hab so... Ich hab so... Ich hab schlottrige Knie vor dem Level. Ganz hart. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Das machen wir jetzt, um gleich mal ein Siedler-Problem zu lösen. Falls es eins geben sollte. Reiner? Steckst du das auf? Fischerhütte bauen wir hier hin. Dann bauen wir hier noch ein Sägewerk hin. Ich glaub, dann müssen wir erst mal warten mit... ...was wir noch alles bauen. Da kommt dann ein Fischer. Weißt du was? Du kannst uns gleich mal... Eisen. Na, na, stopp, stopp. Geht das weg? Wie kann man das wegmachen? Hey, geh mal da hoch... ...und schau dir das an. Ja... Das Eisenvorkommen ist ein bisschen mager, oder? Ey, sag nichts. Wir übertreiben es maßlos. Wir übertreiben es gerade mal wieder maßlos... ...mit irgendwelchen Gebäuden. Sagt einfach nichts dazu. Es ist wirklich... Wenn du irgendwann kannst... ...mach uns doch bitte drei angeln, okay? Wenn irgendwann die Möglichkeit dazu ist. So, Kohle wird ja gut verteilt, oder? Wird gleichmäßig verteilt. Sehr schön. Die Destille produziert das Zeug, was wir für den kleinen Tempel brauchen. Aber den bauen wir noch gar nicht. Das ist schon wieder so bekloppt, was ich da mache. Dass ich so eine Menge an... Also, nee. Ja, egal. Wir... Wir... Wie gesagt, wir müssen es ja irgendwo machen. So, kontrollieren wir nochmal, ob hier alles passt. Ja. Du, Steinbruch, du passt auch. Holzfäller. So. Pflanzt hier Bäume an, ne? Kannst du da ganz oben frei machen und dich dann runterarbeiten. Das wäre super megageil. Du baust jetzt mal den hier ab. Gut, die Waffen hier gehören uns. Das ist schon mal nice. Fischerhütte wird gebaut. Mal weiter runter mit euch. Zumindest. Zumindest. Ja. Genau. Das wollte ich. Wir... Wir destillieren schon mal. Das ist schon mal gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kohlemine. Kannst du mal aufhören, 100.000 Gebäude zu bauen? Was ich denen grad abverlangen. Was ich denen grad abverlangen. Wenn die meutern, dann brauche ich mich gar nicht wundern. Ja, macht erstmal das. Macht das mit Prio. Weil wir brauchen nämlich Leute. Oh. Boah, da oben ist eine richtig dicke... Nice. Aber währenddessen können wir ein bisschen weiter in die Insel erforschen. Wir müssen bloß echt aufpassen, ne? Haben wir eigentlich da oben? Na, sind nur Schwertkämpfer. Ich kann mich erinnern, dass es hieß, wir sollen unsere Defensive in den Süden verbessern. Das weiß ich auf jeden Fall. Hier seid ihr jetzt da oben bald fertig, ne? Das gehört bald alles uns. Kann man dazu... Ja, wir haben noch gar... Jetzt bau erst mal. Jetzt bau erst mal. Lass die das erstmal fertig machen. Dann ist alles gut. Fehlt eh nicht mehr viel. Fehlt eh nicht mehr viel. Wir kriegen das sogar ziemlich easy hin. Oh Gott. In Sila 2 habe ich jetzt auch gerade das neue Level erreicht. Ähm. Es ist immer wieder so eine neue Anfangsanspannung. Weil wenn es zu spät ist, merkt man es dann auch erst zu spät. Das ist so ein bisschen das Problem. Schick mir mal einen Soldaten, bitte. Da hoch. Mach mal hier frei. Ist alles eingenommen, okay? Dann gehst du jetzt hier hin und nimmst hier... Na, nimm hier unten ein. Ihr seid auch noch gut am Arbeiten. Sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was ihr da treibt. Besonders, weil er hier schön frei macht. Ist das fertig? Rohstofftechnisch ist fertig. Sehr schön. Sieht auch gut aus. Nicht so schlecht, wenn wir hier einen Haufen Bäume haben. Weil da müssen sich dann die Gegner durchgraben. In unser krasses Reich. Ich weiß nicht, warum ich immer... Ich glaube, ich bin zu ungeduldig. Weil ich die ganze Zeit um ein paar Millimeter das Arbeitsgebiet verschiebe. So, das ist fertig. Mach dir als nächstes die Eisenschmelze. Oh, hier ist eine fette Wüste. Ich kann halt jetzt gerade so viel Fische hätten, weil wir haben extrem viel Wasser um uns rum, ne? Habt ihr gesehen? Aber ich sehe hier gerade noch keine Fläche, um Bauernhöfe und so was zu machen. So, los geht's. Nicht bummeln. Nicht bummeln, mein Lieber. Gott, wo könnte denn das hinführen? Direkt zu den Ägyptern. Hey, was macht der? Lass ihn. Odin, lass ihn einfach. Lass ihn einfach. Ja, da wird nicht viel platztechnisch gehen. Du könntest eigentlich mal ein bisschen mittiger suchen. So, schön. Die ist gleich fertig. Die hat auch schon die Rohstoffe da. Dann als nächstes bitte das hier. Weil wir werden nämlich Kohleprobleme bekommen. Kommt, Freunde, komm, 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 komm. Nice. Na, dann müssen wir uns überlegen, wie wir weitermachen. Naja, der arbeitet hier. Gut. Du bist oben fertig. Sehr schön. Gehört komplett uns, die Küste. Dann gehst du jetzt hier hin. Wie sieht's mit euch zwei Schlawuzis da unten aus? Ich glaube, es wäre sinnvoll, hier noch einen Holzfäller hinzubauen. Der den Bereich hier frei macht. So. Ähm. Eisennetzmine haben wir. Eisenschmelze. Auch Goldmine. Jetzt haken haben wir genug. Okay. Also, man muss sagen, mit, äh... Äh... Will hier ungern zu viel hinbauen, weil hier ist zumindest ein bisschen eine Möglichkeit, so ansatzweise, ähm... Oha, hier ist gar nichts. Äh, hier ist eine Möglichkeit, um... Bauernhof zu bauen. Gefällt mir eigentlich aus mehreren Gründen nicht. Und zwar... Hauptsächlich aus dem, weil... Wir da uns echt noch ein ganzes Stück runtergraben müssen. Also... Sonst ist der ja nicht geschützt. Aber hier ist zum Beispiel viel Fläche. Äxte haben wir auch noch genug, oder? Wunderbar. Eisenschmelze beginnt zu arbeiten. Hast du zufällig schon deine Aufträge erfüllt? Nee, du hast noch die drei, okay. Hier ist gar nichts mehr. Das heißt, das ist die Passage, die es zu schützen gilt. Wenn wir in den Süden vordringen. Ich glaube nicht... Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die KI Schiffe macht. Weißt du, was du danach machst, mein Lieber? Hallo? Gut, 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 gut. Ich habe doch gerade erst gesagt, er soll den Hammer anfertigen. Hat der jetzt spontan umgestellt, oder wie? Der ist gut versorgt. Der ist sehr gut versorgt. Siedel haben wir grundsätzlich genug, ne? S 살� ... ... ... ... ... ... ... ... ... Zähne